Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu League of Legends Mit dabei ist hier, da, die, die rein alle schon weg, ach ich lass es Ich lass es bleiben Wo fang ich mal an? Ich geh glaub ich zum Blue Stell dir mal in Jungle so 1, 2 Heelteile, ne? Ah ja, mach das Meine Fresse Oh, zwischen Leben und Tod liegt die Unsterblichkeit Oh, ich versuch auch diesmal, dass ich das hier dem Part mal Äh, da sind Kalister und Gragas Was machen die denn da? Wollen wohl wieder mal in Vaden Mein Team Naja, kann man machen Hilfe hier Kann ich recallen Es kommt auf die Calls drauf an Ich hoffe mal, dass die Videoqualität durch das neue Aufnahmeprogramm nicht scheiße ist Ansonsten fliegt's gleich weg 100 Punkte, ihr dürft warden Yay! Ach, wieso? War worth Oh, sag mal, was sind das denn für Spasten? Warte mal Richtig Power Dive Level 1, was ist denn los bei denen? Bei denen ist ganz schön viel falsch Also hier, ne? Du hast hier 3 Heels beim Red Buff so rumstehen und beim Rave Camp Cool Geht's back Nimmst die einfach auf und führts nicht damit Okay, mach ich dann mal Richtig, zweigig Also ich hab heute die Woche ein bisschen geübt mit Smiden, gell? Okay Mann, ich hab's last hit Wichtig ist halt, dass du mit der Kuh last hit hast Ja, das hab ich grad wieder mal verkackt Wieder mal? Kai, weißt du was? Komm, Level 2 auf die Lane Ich hol mir erstmal meinen Red Buff Mein Verkündeten Ach, ja Wie hast du Level 2 gekriegt schon? Durch die Cheems Und durch den Kill Ah, ja, nice Entweder ist der Thresh wirklich disconnected Oder einfach scheiße Und diesmal steh ich sie dir hier so an den Jungle-Eingang Irgendwas mach ich grad komplett falsch, weil ich nämlich gleich verrecken werde So, und dann hol ich mir schon mal wieder Cheems Irgendwas mach ich falsch Okay, deren Thresh ist wirklich das Okay, ich seh' ihn einfach super Ja, was soll ich da machen? Irgendwann pusht die Wave eh und töt... Ja, das ist mir klar Wieso hab ich's eigentlich wieder auf Deutsch umgepatcht, die Idiot? Schade Achso, weil ich die Woche mit ein paar Leuten gezockt hab Also, von Dennis aus der Umkreis der Freundschaft, weißt du Und die haben da nicht so wirklich den Plan gehabt Okay Und, naja, wenn du da nicht so der Profi bist in Englisch Und du erklärst denen das Naja Am Bildchen erklären Ist auch perfekt, gell? Erklär den Leuten das mal ein Bildchen Ach, diese Cooldown Wo mach ich jetzt mal weiter? Mach einfach hier Ach, schade Lass mal Geld farmen So, man zählt das eigentlich auch wenn ich die Wand zuerst treffe und dann ein Champion Probier's doch mal Nach ner Wand kannst du ja schlecht noch ein Champion treffen Ja, aber wieso? Wenn ich jetzt zum Beispiel da oben stehe Stehe's? Okay Ich hoffe mal das nicht asynchron wird Jo, ich bin mal kurz Na komm Er strescht ist wieder da Okay Gut, bis jetzt klappt's Last Hitten wieder mal Für die nächsten 10 Minuten Alter Ach, da ist jetzt auch ein Champion gespawnt, oh Gott Soll ich den denn kriegen? Probier's mal Mit Gemütlichkeit Ja komm, kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass sie das nicht getroffen hätte Doch Eis Bevor sie's zerstören, nehm ich's lieber Erstmal das Leben auffüllen Wo ist denn das Wichsvieh? Ach, da rennt's hier vorne irgendwo rum Ey, nicht da hin Hallo Hallo Bleib doch mal stehen Ohne Spaß jetzt Ich fick dich Bleib jetzt stehen Bleib jetzt stehen Dann halt so Meine Fresse Japplack In der Vergangenheit Trash ist doch behindert, ne? Ich weiß nicht was mit dem los ist Behindert? Ich kann ja mal runterkommen Ich komm Ich komm Okay, den Hurensohn Schön Ey, der Towerdive hat wie so'n Behinderter, was ist denn los mit dem? Towerdive Keine Ahnung Der tut ja so, als ob da überhaupt kein Tower steht Dem ist das völlig egal Wenn die mich beide Tower-Diven holen, den Kill schenken. Ne, dieser Thresh, ne? Dem ist das völlig egal. Aber jetzt auch die beiden, ne? Uns stört's nicht, wir haben Glück. Ich weiß nicht, der Typ ist cool. Der Typ ist richtig cool, finde ich. Gefällt mir. Als ob da überhaupt kein Turm steht. Wenn euch das jetzt gefällt, lasst einen Daumen hoch da. Für jeden Kill einen Daumen hoch, bitte. Halt die Klappe, ich darf das. Nein, darfst du nicht. Das ist Produktplacement. Ich mach jetzt mal Produktplacement. Naja, dich ist Produkt. Also ich hab hier so ein richtig geiles... So ein richtig geiles... Ja, Mineralwasser stehen mit Sprudel. Ne? Also, ich trinke jetzt einen Schluck davon. So, jetzt hast du Produktplacement gehabt. Ja Mann, wieso drück ich ein R? Immer den mach ich in die Schelle. Cockschelle? Ich muss Last Hitten. Bam! Oh, ich hab ja schon über 1000. So, welches Item soll ich mir jetzt holen, wenn ich die, die, die... Mach ich das, das Jägerfoppe. Blau, Silber, Rot, Lilla. Auf jeden Fall nicht das Silber, ne? Und das Rote auch nicht auf Nasus. Also hol ich mir das Lala, ne? Oh, Nasus würde ich sagen Blau. Ja. Ich hab ja ein Grün. Ein Grün? Ach so. Ich geh jetzt zum Grundupgrade. Ich geh jetzt zum Grundupgrade. Ich geh jetzt um die Verzauberung. Und dann grün. Ja, auf jeden Fall die grüne Verzauberung dann. Ja, das ist klar. Und man ist dann grün. Das wollte ich nur wissen. Weil ich bis jetzt immer Standard gekauft hab und da ging's ein bisschen scheiße. Ja, die Standardbild sind in der Regel ein bisschen... Fragwürdig. Gut, ich hab's aber erstmal so gemacht, um dann mit dem Jungle klarzukommen. Das mit den 42 Stack gefällt mir immer noch nicht. So, ich will mir jetzt noch den Schirm. Mach das. Bei. Dann geh ich berg. Alter. Hör. Übertreib doch gleich mal. Ja, jetzt hab ich übertrieben. Da-da-da-la-la-la. Hallo. Bleib doch mal hier. Ich finde das scheiße, dass ich den nicht slowen kann. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich gehe gleich erst mal Top-Lane. Defeatet mir zu sehr. Genau wie die Mitte. Sagt der größte Feeder vom Land. Ach komm, bleib doch mal stehen. Bitte. Oh, 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 oh. Fuck off! Nein, 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 nein. Oh, der, 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 der fickt mich ja einen Schlag weg hier. Fick dich. So, jetzt die grüne Verzauberung. Hab ich. Holen wir uns so erst mal ein bisschen Richtung. Oder? AP. Da ist AD. Das ist AD. Das ist AD. Ja, machen wir es so. Schön. Wieso signalisiert er Miss? Hol mir einen Blue Buff zurück. Hol mir meinen Blue Buff. Was der Kragas kann, kann ich ja auch. Cool. Wow. Damit hab ich nicht gerechnet. Oh, der Kragas. Nein. Kalisse dürfte aber nicht allzu viel machen. Die ist sehr, sehr schwach. Okay. Schmeiß mich hoch. Why not? Ey, schon wieder. Ohne Spaß. Ne? Irgendwo reicht's jetzt langsam. Ich hab Ulti. Ah. Schön. Schön macht er das. Ja, Dreifachtötung. Wuhu. Und ein Tower. Wuhu. Wuhu. Ich brauch unbedingt endlich ein Soundboard. Ey, hierbleiben. Hierbleiben. Bleib hier. Ah, fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Ich kann aufhören. Jetzt hätte ich dir helfen können. Ja, der hat mich weggezogen vom Tower. Ich wollte eigentlich am Tower machen, aber hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Weißt du, wie das ist? Probierst jemanden am Tower zu da, also dazu zu bringen, aber ist ja noch ein Team Mein Team Also Drake können wir glaube ich schon mal vergessen außer ich bin schnell genug da und smite Wobei die Voraussetzung wäre, ich wäre schneller Alter, jetzt habe ich aber Ey, 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 ey Oh oh Ey Wieso bin ich jetzt ges- Du könntest es auf den Tunnel einfach verwenden, du klickst einfach da drauf Oh, das weiß ich nicht Dann kannst du so da durchreisen Das wusste ich nicht Ich habe mit denen noch nie in einem Team gespielt So zur Info, die Gegner können ihn auch verwenden, das ist der Alter, fuck off Okay, ich bin hier Bleib schon mal stein Alter, fuck Fuck, 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 fuck Fucker, fucker, fucker Oh, mein Slow ist noch nicht Oh, oh, der ist ja, oh, der ist so low, der so low Ich will haben Okay Was mache ich? Was mache ich? Ich mache Ulti Ich komme rüber Okay Hab ich Schön Ich fühl zu viel Das ist mir schon immer aufgefallen Hm, was machst du jetzt? Hm, ja Ach, ich gehe drauf Wirklichkeit Ich wäre so oder so nicht mehr weggekommen Ein Gegner ist nicht aufzuhalten Also der Trash, der tut hier gerade im Whatsapp der ersten Ich wollte die Woche ja mal in Rankage spielen, ne? Schöne Scheiße Ich wollte die Woche mal Rankage spielen, Solo-Cue, ne? Nach zwei Minuten Wartezeit hatte ich keinen Bock mehr Habe ich mir so gedacht, hm, scheiße Hab auf die Uhr geguckt, 12 Uhr mittags Hm 12 Uhr mittags ist, wie es aussieht, da keiner online Oder die wussten einfach, dass ich scheiße spiele Bam, bam, bam Da kommt ein Wohli-Bär Steht nicht hier, ne? Naja, ich gehe aber erst mal helfen Der ist ja auch nicht für dich gedacht, der hier What a shit! Ich komm nicht weg Ich glaub, wenn ich die Maus noch dreimal so schmeiß, kann ich mir noch eine neue holen Ich sag ja, ey, das ist so ein Bongo-Wichs-Huren-Huren-Schwuchtel-Game-Dings-Team-Gedöns Geht's Aram, oder was? Fühlt sich so an und die Ulti flog einfach nicht schnell genug Dass die Arie einfach noch verreckt Magerst du keinen Flash mehr? Werft halt bei ihm Ein sehr komischer Flash von dem Da hast du noch nicht den Fail-Flash des Jahrhunderts die Woche miterlebt Wir flashen dir hinterher und sterben dann Was machen die denn? Die versuchen zu ihn glatschen Was für Leute? Weiß ich nicht Das sind die Ober-Bros der Kollegah-Szene Jo, geil Ey, du bist tot Der Biss macht nicht ein bisschen viel Schaden? Nein! 400 ist Bisschen mehr zu geben Ey! Fand ich aber nicht so I.O. Hey! Ich hab da ne W drauf gemacht Was hat? Was hat? Kann ich da trotzdem nicht davon ab, den Einzel-Lauf? Schade Oh 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 Ich will mir den Topf haben Was Nachنا Mach das Bisschen Stacken Weißt du wie's ist Klau doch mal den Gegner durch den Red Buff Oder ich lasse einfach bleiben Kann ich auch machen Komm, 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 komm Alter Ohne Scheiß hier Ich brauch Farm Give me my Farm Okay Ja, was gibt's denn da? Haben wir da jemanden, der aufgehauen ist? Ja, was ist denn da? Da geht ja doch einer nach, siehst du es nicht? Na gut, der wollte aber auch sterben Die sind ja schon wieder bei Drake Da hab ich mir Q gemisst Ich dachte, dass da schon ein Voli mehr hinkommt, ey Abartig, gell Ich würde ja gerne helfen, aber ich mach grad was Okay Äh Meine 10 Gold Scheiße Yo Geil Alter Ich kann nicht mal worden Alter Ich hab jetzt nicht schlecht geguckt Nein, da wollte ich nicht durch Lattert in Ruhe Lattert in Ruhe Hast du eigentlich anders geplant? Aber ich bleib erst mal kurz hier Ja, ich bleib erst mal kurz hier Zwischen Leben und Tod liegt die Unsterben Okay Komm, wir cheaten Lass den Aimboot weg Cheat! Lol, nice Weißt du gar nicht, dass es geht? So cool Ja, es geht in diesem Grad weit Leider kannst du dich gesamte Baseball entlang Das war jetzt scheiße Ich wollte Es wäre lustig, wenn du plötzlich bei der Bondane rauskommst Ich wollte eigentlich da die Wie er weiß, ich hab gedacht, das geht weiter Aber hat nicht geklappt Video funktioniert das nicht Mega, ultra, hardcore, fucking Mittel Ist doch egal, der Flash ist raus Oh ne, schon wieder, nicht schon wieder der Kragas, oder? Bitte nicht Da fehlt nur noch ein Voli-Bär Ja, der ist bei uns und ich hab grad Was ist das für eine scheiß Hitbox? Frag doch mal was anderes Ja, es ist eine scheiß Hitbox Alter, wo kommt ihr denn alle her? Fuck off Erstmal ne Doppeltötung Sagste? Oh An die Tunnel denke ich gar nicht, ey Scheiße Oh man, der Kessitin, der ist so eine Hey du Schlampe, bleib hier Das ist jetzt ärgerlich für dich Kannst du flashen? Ich hätte vorher ulten müssen Brauch doch nicht flashen Warte jetzt einfach drei Sekunden, bis ich meinen Dash wieder habe Und dann komme ich zurück Dann nimmst du dir mal schön das Heal So Jetzt können wir die Mitte kaputt machen So, jetzt ist er wieder im Jungle verschwunden Kann ich dieses Portal nicht betreten? What? Hinter dir ist ein Trash Das zum Anklicken ist echt ein bisschen unklar Du solltest da einen klaren Punkt setzen, wo du hinklicken musst Du musst richtig auf die Wand Ich hab Angst Zeigt da jetzt so eine Pfeillinie Das ist ein wenig Ich war der Meinung, da ist jemand Aber ich lag da ein bisschen Daneben Kommt ein Katert hin Oh, da sind zwei Das ist ein Voli-Bär Das ist nicht so geil Nicht so geil Da ist ein Kragas Das ist natürlich auch nicht so ultra pornös Bitte, 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 bitte Ich ziehe da hin. Pssssss. Oh, Portal. Oh. Der von mir wegrennt. Ich hab gestern irgendwas gelesen, was jetzt seit neuestem Ranked gut sein soll für Champs. Nichts der Fotzen. Also, wenn das zwei Mann schon machen, würde ich mir Gedanken machen. Ja, Trash. Da drüben ist auch gut. Lalalalala. Hey, ist ja ein Heal. Nicht so geil. Ja, sag mal so, ey. Da unten ist ein Woli, der sich backportet. Hallo, Woli-Bär. Ohne Scheiß. Was kannst du überhaupt? Oh, lol. Wie ist das einfach noch disengagen? Hier, hier blieben. Lä. Hier, hier... Bleib. Schöner Baksch. Bleibst du... Bleibst du denn mal hier, verfluchte Gammel-Hure. Ohne Scheiße. Was willst du denn eigentlich? Ich will kein Gammelfleisch. Meine Fresse. Oh, unser lieber AFK. Das ist dir noch gar nicht aufgefallen. Willst du es dir in der Aufnahme nochmal ansehen? Nö. Warte, Mars. Ne, wenn ich den jetzt von hier aus... Könnte ich ihn nicht mal smiten. Das ist scheiße. Wie geht denn das? Du kannst ruhig runterkommen, ne? Oh, ja. Ich hab nur ein bisschen Schiss vor den Kragas, obwohl... Swag. Durch die Wand. Hey! Hey, slow dich! Braucht er nicht. Boah, ich hab so wenig Mana, sag ich dir. Ja, Kragas, komm her. Komm. Steh drauf. Oh, oh. Der gefällt mir nicht. Der hat zu viel Life. Richtig hart rein, der Voli-Bär. Mein Mana. Mein Mana. Der Wilhelm. Kannst du mir auch mal Mana geben? Dann nicht. Nö. Dir kann ich leider kein Mana geben. Uiuiuiui. Nein, ich wollt... Ja, da kann ich nichts machen. Ich wollte eigentlich smiten, aber dann ist mir aufgefallen... Hm, 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 hm... Komm, 600, endlich. Das sieht schon etwas... ...better aus. Auch wenn nicht so wirklich. Da ist jemand gleich tot. Oh, mein, ihr nehmt doch das Scheiß hier einfach. Ohne Scheiß, ne? Wie? Die... Oh, lol. Ihr nehmt einfach den Tresch noch mit. Okay. Das war nicht schlecht. Okay. Das war nicht schlecht von dem. Daumen hoch. Alter. Ja. 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 Warum nicht? Läuft der auch mal ne ordentliche Spur? Die Autoroute ist gay. Da hat wohl jemand grad ein bisschen Bambus zugelegt. Na komm. Na komm. Ich weiß noch, eine Runde mit Blitzcrank. Da hab ich sie alle da oben rausgecrappt. Und die hab ich nicht aufgenommen. Ärgerlich. Einen wunderschönen guten Tag, Wohlibeer. Wohi, jei, jei, jei. Oh. Why not? Der Wohlibeer gibt aber auch sowas nicht auf, oder? Ne, ne, der will nicht. Ja. Oh, ich will auch durch. Wenn er nicht einmal sieht, dann rennt der durch. Besser stört. Hä? Äh? Ja, der ist in der andere Richtung gerannt. Das weiß ich doch nicht. Über mein Stack lässt sich reden. Naja. Der ist jetzt auf jeden Fall nicht das Gelbe vom Ei. Das ist mir auch schon aufgefallen. Muss mich immer erst einspielen. Doppeltötung. Wenn ich mal ganz viel Zeit übrig hab, komm ich mit. Na, Dom? Positioniere dich. Oh, da kommt ein Wohli. Eise, Exaust. Äh. Jetzt ohne Scheiß, du hast dich... Hey lol, er ist durchgegangen. Ich hatte einen Leck. Nein, 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 nein. Och, du bist so ein Wichser. Treffen. Äh. Dieser Wohli. Sackkröte. Hurengedöns. Scheißhaufen. Kotstulle. Na, 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 na. Ey, da ist jemand gestorben. Ist das ehrlich ein Wohli, der sich eine Hydra bauen will? Lel. Wohli mit Hydra. Das ist LCS reif. Hast du schon mal bei der LCL... LCS angefragt? Der sollte das auf jeden Fall tun. Hm. Kannst du ja auch mal. Kann ich ihm nur empfehlen. Naja. Wenn sie mir dann noch eine Tastatur und alles sponsoren, immer doch. Wenn sie mir einen komplett neuen Rechner sponsoren, dann ja. Nehme ich aber gleich ein... Mainboard mit Doppel-CPU. Und einen schönen Grafikverschnitt. Wo etwas, was weiß ich, zwei Grafikkarten aufeinander laufen. Hallo. Also interessiert mich ein Scheißhaufen. Kommt erstmal hier raus. Ey. Oh. Ich kann auch gleich da drauf hauen. Nochmal zur Info. Wer spielt Scheiße? Ich. Wer macht dem Wohli so viel Schaden? Du. Eindeutig. So Wohli. Du läufst jetzt da lang. Also laufe ich andersrum. Hallo. Guck mal, meine kleinen süßen Meeps. Was, 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 was? Ich hätte ja mal Ulti-Ready, ne? Aber ich mach's da nicht. Ja, bevor du sie nicht brauchst. Musst du die auch nicht unbedingt zünden. Was ist durecht? Es gibt keine Dämmerung ohne Dunkelheit. Fuck. Richtig hart rein, ey. Was ist denn los bei denen? Was ist denn los? So mal her, mein Friend. Oder nicht? Du hast doch merkt, dass sie so weit behind sind, dass sie das nicht machen können, aber... Ach ja. Was mit den Leuten los ist, ey. Wir können auch gerne mal zum Drake gehen. Ich hätte damit kein Problem. Oh, die will er uns bleiben. Das können wir auch. Vierter Drache ist wichtiger als Nexus. Könnt's sein, dass ich gleich ein Problem hab. Oder auch nicht. Außer ein Hard-Collick. Oh, zu viel Effekt auf einmal. Ja, äh, ich sag nur so, warum nicht? Yay! Daumen hoch für dieses geile Game. Scheiß die Wand an, ey. Oh, der Huster geht mir am meisten um den Sack. Auf jeden Fall an der Stelle. Das war's. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.